Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Play Folge in Delsol Valley scheint heute nicht die Sonne und Tierängste kein Tier ist vollkommen fruchtlos selbst Goldie nicht jedes Tier hat seine eigenen Ängste also beobachte deine Haustiere mal rauszufinden was ihnen Angst macht wo bist du denn Goldie Schatzi? Oh der Fernseher jetzt hier oh nein Patrick kümmere dich mal um der kleine Goldie Mädchen hier Freundschaft anbieten oh die krabbelt hier unter den Dinger hier ach wie schön ach wie toll zum Glück haben wir Teppichboden äh kleine Ratte was Patrick hier Hanna was hast du denn wieder an hier Mädchen ist immer noch in deinem Bäckerei Outfit oder was in deinem Catering Outfit so die Freundschaft geschlossen kannst du mal gerne deine deine Luxusklamotten hier anziehen komm na ja die Dame des Hauses wie wärs denn wenn du mal wieder runter gehst Schlittschuh fahren wir haben jetzt eine eigene Schlittschuhbahn das ist auch die lila gerade du kannst hier mal ähm die Bahn gestalten wir machen hier mal die Beleuchtung Hauptlichter ein natürlich dann mal die Partylichter ein oder machen wir die Hauptleuchtung aus na Party an Effekt einstellen Blitzer wir fahren ich bitte darum ja knuschel dir noch ein bisschen Patrick hat heute Geburtstag ich hab schon mal in den Kalender gespiegelt immer vor der Aufnahme spiegel ich mal rein was hier schon noch so ansteht ja der alte Sack so lila was machst du denn na ja von zuhause arbeiten machen wir natürlich heute unsere Stilbeeinflusserin Ensemble Beurteilerin ja muss heute Bilder hochladen schnall du hast ein paar gute Schnappschüsse Schnappschüsse gemacht Teile ist hier mit der Welt Indie Blöds hier in deinem Computer hochliest okay dann müssen wir erst mal Fotos machen glaub ich ne haben wir überhaupt Fotos haben wir Kameras irgendwo ich glaub ich guck mal ob wir da Kameras haben die Kameras on haben wir da haben wir haben wir haben wir haben wir Kameras ich weiß es nicht was haben wir denn da wieder im Inventar für komischen Scheiß ist von der Hochzeit hier gewonnen oder was kommt denn das her wir sind bei uns wir wieder Diebes äh äh Dinger hier und wir müssen noch das Budget umbuchen oh und das weiß ich jetzt nicht mehr was wir hier bezahlt haben für die Bäckerei das ist natürlich blöd da müssen wir noch mal gucken das habe ich mir jetzt nicht notiert und ich kann jetzt hier schlecht gucken wir noch so ähm wir brauchen ist das bei Electronics oder bei Apparat der hier drin wir gucken einfach mal nach Foto da wird da wohl was zu finden sein oder nein das nächste zu finden hier Fotos Studio Fotokarton Kamera in Wand Deko na ganz klar nein das wollte ich alles auch nicht kürcher Kamerad Apparat kann es auch sein Foto Apparat aber ist es auch wieder nicht ne ist es bei Aktivitäten und Fähigkeiten wahrscheinlich drin Das ist auch wieder so eine Sache, wo ich finde hier, Leute, sortiert doch das Zeug richtig. Mann, das sind sie doch hier. Das sind die erste, wenn die mal die teuerste hier. Kristallklautige Cam. Ja, Mädchen. Ein Mädchen, ein Mädchen. Komm, ich zieh dir das in den Arsch. Das nehme ich hier direkt drin. Foto machen von Thorn Bailey ist da. Mach mal ein Foto von Butler. Mach mal so eine Style-Kolumne. Die Butler-Outfits, zeitlos, schwarz und weiß. Dein Buckel, du. Die Oma, die Oma Lila. Wo ist denn der Butler, bis du den wieder findest? Na, da dauert es ein Weilchen. Wo ist denn der? Das Outfit passt irgendwie zu deinem Buckel. Ich find das toll, dass du, dass du so ein bisschen abgefahren bist. Noch als Oma hier auch noch in den Stöckelschuhen im Regen, macht nix. Gehst du jetzt hin? Ja klar, ist jetzt dein Ernst oder was? Lila, bitte. Machen wir Palmen-Fotografie. Oh, wir können auch großes Format machen, sehr gut. Palmen bei Regen, ein seltener Anblick. Ist auch in Ordnung. Kann man das auch hier irgendwie hochladen? Ich denke noch, ah, da hast du so eine Kamera. Oh nein. Kannst du das auch hier irgendwo hochladen schon? Oder zählt das dann nicht? Hochladen. Platziere Fotos zunächst in der Welt, um sie zu posten. Ja gut, dann machen wir das halt. So. Wir müssen Fotos in der Welt platzieren, um sie zu posten. So. Aufs Instagram hochladen. Bringt das was? Ja, zählt das jetzt? Das zählt nicht. Dann müssen wir doch die ins Inventar ziehen und am Computer hochladen, wie die das hier reden. Ähm, wir haben ja gar keinen Computer. Das ist ein bisschen blöd. Herr Patrick ist gerade hier am Computer. Mhh. Haben wir noch irgendwo einen Computer? Leute. Haben wir da irgendwo... Kann doch nicht sein hier der Riesenvilla. Kein Computer hier. Oder was ist los? Ernsthaft mal? Oben haben wir noch einen im Schriftstellerzimmer. Das kannst du nehmen. Den kannst du nehmen hier, den Computer. Na schon wieder los. Hier. Ähm. Ja. Jetzt geht es wieder weiter hier. Web. Fotos hochladen. Mhh. Wohl nicht. Schreiben. Karriere. Hier. Modeblog. Auch nicht. Das ist jetzt aber wieder witzig hier. Echt mal. Komm, lauf mal da hoch, bis ich das wieder gefunden habe. Comedy. Kurzen Auftritt. Soziales Netzwerk. Bild teilen. Ist das das? Ich glaube auch nicht, ne? Probieren wir trotzdem mal aus. Ähm. Haushalt. Goldie verkaufen. Nein. Karriere. Spiel spielen ist es ja auch nicht. Ha! Hast du es gefunden? Bessere Grafikkarte. Ja, boah, ja. Also ich weiß nicht, wo ich das hier, ähm. Machen soll. Oh, Modeblog hier. Der Zylinder hier. Wie kriegen wir das jetzt wieder hin, hier? Teil ist die mit der Welt, indem es man am Computer hochlädt. Vielleicht können wir ja doch irgendwie anklicken und hochladen oder so. Oh, nein. Filter festlegen. Ähm. Ja, das ist hier wieder witzig, ne? Ich erkenne nur, ich sehe nur Bildteilen. Gucken wir mal, ob das was bringt. Gucken wir mal, ob das was bringt. Oh, jetzt müssen wir echt gucken. Und, hat's geklappt? Ja, das ist es. Jetzt kommt das andere. Was hier kannst du nicht mehr? Kannst du schon? Ich muss einen Moment warten. Äh. Das ist natürlich ein komisches Netzwerk, wo man warten muss. Ja. Naja, gut. Dann warte halt, ja. Wie lange muss man da jetzt warten? Oh, ist das doch blöd. Echt mal. Das ist doch ein Scheiß. Bitte warten Sie. Ihr Bild darf noch nicht gepostet werden. Nee, wird nicht hochgeladen. Ist schon hochgeladen. Wird einfach nur nicht. Was kannst du denn hier jetzt dann machen? Komm, dann liest du was. Was können wir denn? Was brauchen wir denn? Fotografiefähigkeiten. Nee, dann machst du hier noch. Warte doch mal. Lauf doch nicht weg. Wir müssen noch ein paar Fotos dann machen. Dann machst du noch ein paar Fotos. Foto machen von. Wer kommt denn da gerade? Nee, jetzt ist niemand. Probier nochmal mit dem Butler. Aber nicht draußen vor der Tür, bitte. Versuchen doch das Fenster rein zu fotografieren, obwohl wir ein Ding haben. Ein Fundament. Jetzt gehst du wieder da irgendwo hin. Wo bist du? Wo ist denn der Butler? Nee, dann machst du nicht jetzt wirklich von außen wieder, du Nudel. Nee. Ach du. Ernsthaft jetzt? Nein. Machen wir jetzt Palmen mit Maischuno Park im Hintergrund. Immer wieder eine. Boah, die hat ein super Zoom hier. Weitwinkel und alle Tiere. Wow. Teele. So. Dann gehst du mal bitte jetzt hier hin, Mädchen. Wirklich mal. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wo bist du? Wo bist du? Wo bleibst du? Kommst du? Da. Foto machen von Butler, bitte. Aber nicht von hinten. Nee. Nicht rauslaufen. Du. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann gehst du mal hier hin irgendwo. Dann kannst du den herbeirufen. Oh ja, hier blau dann. Das geht auch. Hallo, ich bin die Lila. Wir haben es noch gar nicht vorgestellt. Ich hätte gern ein Foto mit dir. Foto machen von. Da. Bitte. Hallo, darf ich ein Foto von dir machen? Du bist voll hübsch. Ich mache eine kleine Modekolumne. Ich weiß auch nicht, ob das Tier hier so modisch ist. Ist egal. Komm, wir machen ein Foto zusammen. Wir setzen uns kurz hin, stehen wieder auf für die Fitness. Jetzt sind wir hier gelockert. Aha. Aha. Kann man ein Foto jetzt, Lila, bitte. Ja, genau. Oh, schönes, schönes Foto. Großes Foto, bitte mach. Ja. Noch eine Aufnahme hier. Ganz genau. Ah, diese blöde Wackelkamera. Da kriegst du auch jedes Mal die Krise hier. So. Sehr schön. Haben wir den Butler interviewt hier, oder was? Jetzt können wir aber auch bei dem ins Zimmer gehen, an den Computer hier. So. Patrick, bitte geh weg. Das Netzwerk will teilen. Patrick, du musst deine Leute einladen hier. Einladen, gesellschaftliches Ereignisplan. So rum. Aufhören. Oh, größen. Patrick, komm. Rufst du an. Hola, señores, holt den Schulbus. Die ganze Familie muss hier kommen. Zu meinem Geburtstag. Ich bin gespannt, wer kommt. Also, wer kommt? Virtual Party. Geburtstagsparty. Ich habe mich immer gefragt, wie die alle anrufen können gleichzeitig. Da habe ich mich immer gefragt. Jetzt weiß ich. Die machen einfach eine WhatsApp-Sprachnachricht an die Gruppe. Ja. Oder? So. Unsere Gäste. Die ganze Familie, die du kennst. Und die Masami darf auch kommen, wenn es noch Platz gibt. Ja, die Lea laden wir auch mal ein. Aus Höflichkeit. So. Wann kennst du denn da alles hier? Mensch. Jackie und Lena. Lena hat schon wieder ein super tolles Outfit. Wie man sieht. Hier ist die Nadine Kreuz. Sehr gut. Ja. Caterer machen natürlich die Hannah hier. Die. Das Frau Schieren. Wieso wurde das jetzt nicht angenommen? Jetzt. Mixer. Können wir einen besorgen. Entertainer machen wir mal auch. Ja. Und zwar. Hier. Eben. Die Sommerresidenz. Unser Sommerhaus. Ja. Ja. Ey Leute. Kommt mal hier hin. So Hannah. Wo bist du? Ah. Jetzt hast du Muskelschmerzen. Oh nee. Jetzt hat er Muskelgewegen Training. Habe ich dich so lange hier laufen lassen? Sonst haben wir dir gar nicht zugeguckt. Yeah. Jetzt bin ich wieder Caterin. Und ich hab ein Welpe. Was hast du wohl? Du bei der Burning Folge. Bei der Brillscherz Folge. Da wurdest du ja Goldie schon zum Pudel. Vielleicht wird er heute auch zum Pudel dann. Kümmerst du dich da drum? Patrick. Du musst mal den Butler hier anweisen. Wollen wir dich vorstellen. Können sie auch noch nicht. Oh, sind ja alle hier echt. So. Wo bist du? Bist du hast du das Bild jetzt hochgelassen? Sitzt du ja wieder am Computer hier. Nee, ne? Ähm. Soziales Netzwerk. Bildteilen. Komm, wir müssen das noch schaffen. Das kann doch nicht sein hier. Bis 18 Uhr haben wir ja bloß noch Zeit. Rosie weg jetzt hier. Ja. Mein Computer. Guckst du Katzenbilder an? Oh, 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 oh. Oh. Hm. Na, holen die mir Sonnenbrille hier. Was machst du denn? Jetzt kriegst du ein Blue. Jetzt kriegst du dabei ein Blue. Weil der auch ein Vampir ist. So. So. Do it. Beste Bild aller Zeiten. Jetzt haben wir nochmal Mühe. Wir müssen wahrscheinlich wieder warten hier, ne? Bitte warten Sie. Machen wir mal Status aktualisieren. Dann können wir mal gucken, ob hier was los ist schon. Da ist er doch schon. Hier, guck mal an. Jetzt können wir den mal anweisen, endlich mal, oder? Butler. Besucher. Jeden Besucher herein bitten. Ich bitte darum. Klingelingeling. Butler. Alle hier rein. Ja? Hör mal auf zu labern hier. Machen wir ihr Ding hier. Beantwortlichkeit. Mit Gärtnern aufrollen. Mit Kindern Objekt-Reparatur aufrollen. Management. Feuern, loben. Wir können ihn mal loben. Und dann machst du mal Aufgabe erteilen. Äh, wir können ja echt alles. Familien-Essen kochen. Ne, mach mal. Was müssen wir denn noch? Spiele spielen lassen. Dann... Was ist denn Spiele spielen? Spiele... Party-Essen kochen. Machen wir Party-Essen. Machen wir mal meiner Frau hier. Zum Butler und Biscaterer. Ähm, wir müssen jetzt hier... Äh, du kannst mal alle hier zum Essen rufen. Mal gucken, ob die uns auch einen Kuchen macht, hoffentlich. Hanna, was machst du denn für Tacos-Dinger da? Du sollst hier einmal... Bitte einen Kuchen kochen. Nochmal den zuckerfreien Karob Kokos. Und wir müssen, ähm... Einen Gartensalat zubereiten. Eieieie. Kochen. Ist das auch hier, oder? Gartensalat. Hier machst du mal Party-Größe dann. Hallo, komm mal zum Essen. Was sind die denn alle? Wer ist denn jetzt heute gekommen? Jetzt bin ich mal gespannt, wer zu Patricks Geburtstag kommt. Aber die Masami ist ja auch schon wieder am Hacken hier. Hey, ich finde das dann eigentlich eure persönlichen Zahn. Hey, da kannst du das nächste Bild schon teilen. Yay. Dann haben wir die Tagsaufgabe noch erfüllt. Komm, erstmal Bild hoch. Äh, erstmal Bild. Ja. Erstmal das Bild. Patrick. Du bist ja auch wieder am Computer hier. Ah, die Lia ist doch gekommen. Guck mal an. Fürs Kommen danken. Komm, wir probieren das mal wieder hier ein bisschen. Ja. Die beiden waren mal zusammen. Für alle, die es nicht wissen. Kennen Leon, meine Frau. Okay, Nico ist auch da. Das Kommen danken. Was müssen wir noch? Geburtstags sind plaudern lassen, wenn glücklich. Ja, der ist ja schon inspiriert hier. Ah, die kommen doch alle hier. Sehr gut. Oh, Noel, was hast du denn für ein Outfit an? Was ist im Dschungel oder was? Das Kommen danken. Und die kleine Nova-Maus. Komm. Komm, 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 komm. Steht doch nicht alles so rum hier in der Küche. Ja, die kann doch nicht kochen hier, Mensch. Und so, Geburtstagskerzen hinzufügen. Was für ein Misserfolg. Wir haben, was haben wir? Wie geht denn das immer so schnell weg? Wir haben sich die Augen wund gerieben. Machst du mal die Kerzen dazu. Ja, ich mag Gartensalat. So, die Party wird voll der Reihen fallen. Ja, Patrick. Patrick, die Party wird voll der Reihen fallen. Hallo. Stopp. Stopp. Komm mal hier rüber. So, aufstehen. Yay. Okay, und jetzt Kerzen auspusten. Come on. Jetzt brauchst du keine Kerzen mehr hinzufügen. Die sind ja schon drauf, Mensch. So, Gartensalat haben wir auch gleich. So, blau, dann lassen wir ihn glücklich. Haben wir auch. Ja, jetzt hast du ein paar Fältchen bekommen, ne? Aber ich doch nicht. Was kannst du denn alle zum Essen rufen? So, hast du deinen Gartensalat da bald? Erwachsene einen Toast ausbringen lassen. Oh, das kann ich auch wieder leiden. Das Ding tut ja nie richtig, ne? Haben wir da ein Toast hier. Toastbrot. Ah nein, ist das blöd. Brauch mal ein Getränk in der Hand und dann geht es nur, wenn irgendwie, was weiß ich. Jetzt müssen wir hier Getränke zubereiten. Wieso haben wir keinen Mixer? Hm, bestimmt einen Mixer anfordern. Können wir da nicht irgendwie... Können wir da nicht irgendwie ein Dings hier machen hier? Redest du mit deinen Jungs? Hm? Kerzen auf den Geburtstagskuchen setzen. Ernsthaft jetzt? Haben wir dort schon gemacht hier? Oh no. Hanna, du musst nochmal einen Kuchen backen. Ja, ja, ja. Ist dann doch nicht gereicht für alle. Wenn die machen, den Honigkuchen. Wir haben noch Honig im Winter. Guck mal an. Komm. Der alte Honig vom Jahreszeitenhaus. Bitte mach. Bitte mach kochen, komm. Bitte mach kochen. Du kannst mal alle zum Essen rufen, dass die hier auf jeden Fall alle schön fett werden. Hanna, bitte. Hanna, bitte. Ach Mann. Patrick. Reicht das nicht, wenn der Mixer da dann... Wenn der Mixer da auch... Die Lea ist auch da. Die Lena. In ihrem hübschen Hashtag Grün Outfit. Ich finde das voll toll mit dem Rot. So, das ist der Chaggy in seinem Glitzer Outfit. Luna und alle hier. Können wir hier nicht mal Getränk zubereiten für... Keine Ahnung. Egal. Getränk zubereiten für hier. Da drüben ist der Barkeeper. Aber der zählt wahrscheinlich wieder nicht. Nee, der ist noch nicht da. Na gut. Das Haus ist zu groß. Komm mal auf, den Kuchen zu mampfen. Ja, wir haben wenigstens wieder Silber. Das Gold schaffen wir wahrscheinlich eh wieder nicht. Wegen dem blöden Toaster. Das ist echt schwierig. Das ist wirklich schwierig. Aber nicht hier... Nicht hier fighten. Die gucken sich so an wie vor so einem Boxkampf. Ich guck mal weg. Der starrt sich voll an. Ich geh lieber. Jetzt hat der Angstblick auf Nico sehr gut. Du weißt wieder, wo der Hase läuft hier. Hä? Ich stelle jetzt einfach mal alles auf die Bar hier. Oh! Ohohoho. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn du das hier nicht machen kannst. Jetzt hier. Bitte. Patrick. Patrick, wo bist du? Bitte. Ich habe doch wieder vergessen, was du mir gesagt hast. Bitte mach es. Sag jetzt nicht, die Pflanze ist im Weg. Hanna, hast du den Kuchen fertig? Oh, da musst du hier die Kerzen draufsetzen hier. Geburtstagskerzen zufüllen. Bitte do it. Oh, die musst du auch pießeln. Hier habe ich gerade gemerkt. Toll. Das hat echt auch wieder nicht gereicht. Wir haben, glaube ich, wieder zwei Barkeeper hier engagiert. Und nichts geht hier. Nichts geht hier. Komm. Next one. Next one. Nächstes haben wir die Kerzen. Wir haben sogar Gold geschafft. Yay. Chakalaka. Da musst du gar nicht mehr die Getränke hier. Komm, dann kriegst du jetzt hier ein Bier. Was ist das hier? Ein Zischt wie Zunder ist das. Nee. Ein Zischt wie Zunders. Und Goldi ist älter geworden. Ein Hochauf Goldi. Kann jetzt Treppen hochgehen, spazieren gehen und Tricks lernen. Wenn er nicht kastriert ist, kann er sich mit anderen Hunden paaren. Ja, soweit kommt es noch. Goldi. Das ist ein Minus. Hey. Warte mal, warte, warte, warte. Nicht hier gleich schmutzig machen hier. Warte, dann müssen wir mit dir hier noch ein bisschen hier ähm... Goldi, müssen wir jetzt noch ein bisschen ähm... Äh... Hier knuddeln. Goldi. Goldi. Lass deinen Zisch wie Zunder hier weg. Komm. Zisch wie Zunder. Ja. Und Gold haben wir. Oh, ich muss jetzt aber wirklich mal pieseln, Daniel. Ja, hallo. Jetzt geh mal kurz. Ah, die wünsche ich Stockbetten. Guck mal, die wünsche ich Stockbetten. Nova, du bist mir grad viel sympathischer geworden. So, so, du coole Socke, du. Wow. Oh, wie schön. Spielen. Warte doch. Streicheln. Leckerchen geben. Du wirst jetzt voll verwöhnt von uns. Wow. Lass dich mal angucken hier. Ich seh dich ja gar nicht richtig. Oh, du bist schon müde, ne? Wow. Ach, wie toll. Halleluja. Ach, wie schön. Ach, wie toll. Jetzt, das freu ich mich. Jetzt haben wir wieder ein tolles Familienmitglied hier. Patrick, wie sieht's aus? Ich darf nicht mit dem Hund spielen. Ich muss draußen stehen. Ja, du bist der Hund jetzt. Du musst draußen bleiben. Oh, wie schön. Kannst Techniken reden? Ich dachte, ich kann mit dem Hund bitten, das Geschäft zu erledigen. Kannst du mal beibringen, dem Hund die da rauszugehen. Du musst jetzt wirklich pieseln, Madame Grandam. Bitte gehen sie auf das verschissene goldene Klo. Ah, jetzt musst du erst mal pieseln, musst dich auf das dreckige Ding draufsetzen. Wir haben so viele Klo in diesem Haus und ich muss auf das verschissene gehen. Immer wenn wir Gäste haben, sind die verschissen. Ich kack dir gleich in den Haus. Nee, du gehst raus, ne? Wird dir jetzt beigebracht, oder? Ja, toll. Kackst dir auf die Terrasse da. Ja, ganz klasse. Aufwischen. Ach, loben. Ja, loben, loben, loben. So ist das doch fein. Tierpflege. Baden. Kannst du den mal wegwerfen. So. So, das muss man jetzt hier. Kann man das nicht hier anklicken und sagen, ja, Butler sagen zum Putzen, wo ist denn der eigentlich? Sie putzen der nicht. Butler, Aufgabe erteilen. Putzen. Wurst putzen. Putzen, putzen, putzen. Schmutziges Objektsäubern, ja. Ja, lass es, komm. Wir haben Butler, der kostet viel Geld hier. La, la, la. Ist auch toll, ne? Putzen, Glocke. La, la, la. Kommt der jetzt her und putzt auch das hier, oder putzt der erst das andere Scheiß auf? Ja, das ist noch der Kuchen, ne? Wir können auch mal alle hier abfeiern. Na, du nicht, aber nicht, dass du nochmal älter wirst. Mal die Kerzen weg. Kerzen entfernen. Und dann kannst du alle nochmal zum Essen rufen. Geht das nö. Oh, du wünschst dir wieder ein Bienen-Dings. Honig sammeln wegen Frühling. Oh, ist eine weiche Seite. Ich bin schon fies zu ihm, ne? Ja, wir haben ja unterschiedliche Charaktere. Ich finde das halt ganz spannend, wenn man das so irgendwie sich so, ne? Sich mit beschäftigt, mit verschiedensten Dingern. Ich danke euch fürs Zuschauen. Das war's für heute hier in der Golden Mansion. Jetzt ist wieder hier golden. Angesagt. Ja, Daumen nach oben nicht vergessen. Dankeschön, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hier im Let's Play. Oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis denn. Macht's gut. Tschüss. Oh, nee. Handrang Notfall. Oh, nein. Du auch? Kannst du dir sagen, der Hund war's? Kannst du erst mal Goldie baden und dann badest du selber. Na, na. Ich hab ja, das war der Hund. Ja, spring jetzt weg. Warte, du checkst nicht. Du bist schuld. Ja. Bis denn. Macht's gut. Ciao.